ja aus von Gammel Play Wunderschön könnte man wieder streichen die Scheiße hier los jetzt Sonnenblumen sind übel einfach früher auf dem Balkon habe ich Sonnenblumen angepflanzt und Erdbeeren Erdbeeren sind übel cool weil die machen automatisch Ableger von sich selber da bilden sich so komische Stränge und da bildet sich dann immer so ein Bobbel und bei diesem Bobbel steht eine neue Pflanze entweder in die Erde reinstecken oder abschneiden in ein Glas mit Wasser oder so dann funktioniert das genauso dann bilden sich Wurzeln und die kann man wieder einpflanzen ohne Problem try this at home no problemos sehr gutes Hobby und bekommt eigene Erdbeeren übel einfach übel oh das macht Spaß wer kann schon sagen er hat eigene Erdbeeren jetzt ist es leider zu spät aber vielleicht nächstes Jahr oder ihr könnt die Erdbeeren dann in der Wohnung lassen dann geht es auch das gibt es natürlich auch Erdbeeren in der Wohnung aber ich brauche mehr Sonnen aber ich brauche mehr Sonnen aber die sind schon ziemlich alt aber voll cool die eine ähm sieht gut und hört so gut wie nichts mehr und die andere sieht so gut wie nichts mehr aber hört einigermaßen versteht ihr was ich meine? nein doch natürlich versteht ihr was ich meine und die eine die sie gut sieht aber schlecht hört die wohnt genau in dem Dimmer seinem Zimmer die hat mir zugeschaut wie ich rasend gesehen habe ich weiß nicht ob sie gespannt hat oder ob sie einfach nur Bock hatte rauszuschauen aber ich glaube sie hat gespannt sie hat gelacht sie hat mir gewunken sie war schon wach sie lüftete jeden Morgen ihre Bettwäsche also sie hängt ihre komische wie heißt das? Decke und ihr Kopfkissen raus ans Fenster so hier geht's ab meine Herrschaft ihr seht ihr wie das hier abgeht hier geht's ab so stelle ich mir das vor warum ist der so nah? das verstehe ich nicht das verstehe ich nicht so meine Wahlnuss bitte dort platzieren so so man kann für 25 kann man das auch geil machen so hier geht's ab hier geht's ab sag ich mir wow wir haben doch diese nicht genug Sonnen du äh äh nicht blöd bin ich blöd bin ich blöd bin ich blöd bin ich bin ich blöd bin ich bin ich blöd b wo 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 boah ich hab grad keine Zeit tut mir leid boah ich hab grad keine Zeit tut mir leid Es hat keiner gesagt, dass es jetzt erst richtig los geht. Davon weiß ich nichts. Überhaupt nichts. Aber das ist kein Problem. Da ich hier auch noch eine Wahl los habe. So. Und dann habe ich das hier auch noch. Und das würde ich dann auch noch gleich installieren. Also, ihr habt gar keine Chance, meine Kinder. Ihr könnt kommen und machen, was ihr wollt. Das hat Boom gemacht. Das hat Boom gemacht. Das hat, das hat, das hat, das hat, das hat Boom gemacht. Das hat Boom gemacht. Das hat Boom gemacht. Das hat Boom gemacht. Diese Scheiße hier, diese kotzt mich an. Wer ist jetzt tatsächlich meine, meine Pflanze, Mann? Wieso mir? Wieso mir? Was geht denn bei euch? Warum geht denn die so ab? Adios. Cha-cha. Mit mir wird nicht gespielt, habe ich gesagt. Habt ihr nicht verstanden? Habt ihr nicht verstanden? Da kommt noch eine Welle. Wir haben doch schon gewonnen. Was für eine geile Scheiße. Blüh- und stirbsam. So. Was ist eure Meinung? Wie viel Uhr kann man mähen? Ich habe gemäht um halb sieben. War mir egal. So. Ich würde sagen, nächstes Level, oder? Schneppo. Hallo, Schneppo. Was geht ab? Was sind das? Aha. Ich ver... Aha. Wie ich es mir gedacht habe. Schneppo. Ich habe gar nicht... Verschlingt einen Zombie. Ist aber während des Kauens hilflos. Very nice. Very nice. So. Ich würde sagen... Ähm... Wir lassen das hier weg. So. Man kann... Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Los geht's. Sonnenblumen an die Macht. Das ist immer so blöd. Das wäre so gut, wenn man vom vorigen Level seine Punkte mitnehmen könnte. Versteht ihr aus ihnen meine? Nein? Ich auch nicht. Okay. Zombies gehen ab. Zombies gehen ab. Wir brauchen eine Sonne. Hallo. So. So. You're a fucking zombie. What are you doing? I don't know. Cosmos. The zombies. Very silly. And I need some new plants. We can take this one there. And we can take one Sonne mehr. Sonne und Pflanzen. Nein, Wanderl. Los. Ich fick den auseinander mit meiner Herbse. Wenn das 25 wäre, schon 75. Wäre das ja cool, ne? Das wäre so cool. So cool. Boom. Tschakelake. Das nenne ich mal einen guten Flow. Und der schaut sich voll böse. Tut mir leid. Bruh. Du musst auch Opfer bringen. Jeder muss Opfer bringen. Jeder muss Opfer bringen. Brains. Gehirn. Ich hab gestern Abend. Was heißt gestern Abend? Es war glaube ich schon 12 Uhr oder so ein Scheiß. Ich glaub bei RTL. Ich weiß nicht mehr genau wo. Ich will mich nicht anlegen. Irgendwie so eine Diskussionsrunde mal wieder angeschaut. Oder bei ZDF. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die dann diskutiert über einen Spendeplatz. Äh. Pass. Und bla bla bla. Die Moral der Geschichte ist, ah ja, ja. Alle haben Spendeausweis. Und Spendeausweis. Und Spendeausweis. Und da haben wir den dann, ähm, zeigen müssen. Und einer von denen. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Boah. Fuck, Mann. Fuck, 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 fuck. Was ist das? Was ist das? Was ist das für ein hessiger Eimer? Ja, ja. Erstmal eine Pflanze. Aber. Boah. Shit. Was ist das für ein Eimer? Boah. Boah. Nein. Scheiße. Scheiße. Ich komme gerade nicht hinterher. Boah, boah, boah. 150. Okay, 150. Boah. Wir brauchen jetzt 150. Fabian, 150 oder 25? Okay, wir brauchen 125. Eine Sonne. Drei, zwei, eins. Okay, wir haben hier einen Joker. Wir haben hier einen Joker. Wir hatten, wir hatten hier einen Joker. Aber dann habe ich mit meiner komischen Laberei die ganze Zeit. Okay, ich bin jetzt mit meiner Nase am Monitor. Es kann nichts passieren. Wir haben hier unsere Walnüsse am Start. All right. The Walnuts are there. So. Geiler Scheiß. Ich soll ein bisschen chillen, glaube ich. Damit ich ein paar bessere Geschosse hierher bekomme. Mindestens zwei, vier, fünf. So. Zack, zack. Zack, zack. Okay. Ich stelle dich da hin. Boah, jetzt doch noch nicht, Mann. Scheiße. Scheiße. Ich glaube, warum sind sie sehr schlecht aus gerade? Ich glaube, ohne die Kirschen haben wir verkackt. Without the Sherrys. I don't know. Okay. Ich gebe mein Bestes. Und, ähm, klatschen, was geht. So, die werden hier schön genörgelt. So muss es sein. So muss es sein. So muss es sein. Noch eins. Kommt. Noch eine Sonne. Give me the sun. Give me the sun. Please give me the sun. Sun. So. Bam, 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 bam. Banus rein. Schwa. Scheiße. So. Das läuft. Das läuft. Das läuft. Das läuft. Das läuft. Das ist sehr nice. Also, der kotzt mich an. So eine Scheißerfindung. Gut, der wird da nicht durchkommen, aber... Ich meine, unsere Zukunft, ne? Muss man schon aufpassen, ne? Muss man schon sehr gewaltig aufpassen. Hä? Haben wir gewonnen? Eine neue Plume. Blüh- und stirbsamen. 0,0. Für 200 Öcken. Du-pli-na-tor. Schießt zwei Erbsen auf einmal. Boah. Boah. Okay, wieder so ein heißiger Eimer. Bam. Okay, wir machen das hier. Das hier. Das war eigentlich gar nicht schlecht. Aber ohne. Okay. Das muss einfach sein, glaube ich. Das ist eine gute Basic. Und. Ich nehme trotzdem die Kirschen, oder? Ja, aber das ist immer so ein Joker. Weißt du, so ein... Ah. Äh. Versteht ihr, was ich meine? So. Ach. Auf. Ach. So ein... Appetizer. You know what I mean. Okay. Das Geile ist die Sonne. Ich dachte immer am Anfang, dass die Sonnen verschwinden. So, auf jeden Fall. Bei diesem Spenderausweis stand drauf, dass er sein Gehirn nicht spendet. Und zwar aus dem folgenden Grunde, dass da keine komischen Studenten anfangen, in seinem Gehirn rumzuschnipseln. Come on. Das ist ein cooles Argument, finde ich, auf jeden Fall. Nur, wir bräuchten jetzt etwas zum Schießen. Bitte. Eine Sonne. Okay, wir müssen investieren. Wir müssen voll zur Konzentration da sein. Unsere Maus muss geönt sein. Wenn ihr dieses Spiel auch habt, müsst ihr die Maus ölen. Oh, eine Sonne. Oh, eine Sonne. So. Das könnte schon ein wenig mehr abgehen, oder? Naja, das sage ich jetzt so. Kein Problem für mich. Aber in Wahrheit, das ist jetzt schon so viel. 50. So, jetzt nochmal zwei. Ganz schnell. Oh, du bist da. Du bist da. Du bist da. So, bis jetzt sieht es sehr, sehr gut aus. Wir haben grünes Licht. Und man vergisst immer diese Rasenmäher. Also, wenn da mal eine Reihe durch ist, dann brettert dieser kleine Rasenmäher durch und gibt nochmal so einen schönen Safe Point ab. Also, dann ist einmal alles sauber und man hat genau den ganzen Weg Zeit, wieder was Schönes aufzubauen. Mehr oder weniger. So, wir bräuchten jetzt noch so eine kaputte Pflanze. Zum ersten. Zum zweiten. Und hoffentlich wird sie es schaffen. Sie schafft es. Ich bin, ähm, optimistisch. Du auch. Du musst spielen, sonst würden wir dich nicht. Verstehst du? So. Jetzt haben wir eine kleine, aber feine, defensive Mauer. Und dann geht's gleich weiter. Boah. Sehr zu empfehlen, das Spiel. Ich wette mit euch, ihr seid Füchse und bekommt das Euro umsonst. Hundertprozent. 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 Gibt es, wahren aus, wahren aus, wahren aus, wahren aus. Ich zieh' ihn auf dich. Wahren aus, ich zieh ihn auf dich. Scheiße. Wahren aus, ich zieh auf dich. Ich zieh' immer noch auf dich. Das wird da nicht schaffen, der kleine Bursche. Okay, jetzt ist es zu zweit, aber trotzdem muss es ein bisschen besser sein. Oh nein! Schieß den Kopf auf von dem... Ja, 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 ja! Okay, bam, 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 bam. Bam, wir sparen ein bisschen. Okay, 200. Maschinengewehr kann das sein? Oh nein! Falsch gemacht. Egal, 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 egal. Okay, er muss jetzt gemeinsam. Das ist gut, das war taktisch. Das war taktisch, weil jetzt können wir den abschießen. Erst jetzt können wir den abschießen. Jetzt können wir den abschießen. Die schöne Pflanze ist kaputt, das ist nicht so schlimm. Wir haben immer mehr Punkte, deswegen muss man sich da nichts vormachen. Die ist schon weg. Hier geht's ab, hier geht's ab, hier geht's ab. Wir müssen einsammeln, was es geht. 200 haben wir gleich. Die Chevy ist am Start, die Warnusse sind am Start, die Warnusse können wir hier platzieren. Hier gibt's eine bunte schöne Sache und zwar können wir einmal den hier machen. Wir bräuchten nach oben noch mal eine in die bunte Schiene. Der Kommentator heute live dabei, Gumbler Play alias Farm. Ich würde sagen, wir haben mal wieder ein Problem, und zwar schießt den Kopf ab, schießt ihn ab, schießt ihn ab. Wir haben hier wieder ein großes Problem. Hier ist Mr. Eimer am Start, der hat nur noch ein Arm, aber wer kann uns das versichern? Wir haben jetzt zwei Barrieren, eine Alpnuss, Warnusse, noch eine Warnusse, wir könnten versuchen, da kommt gleich noch etwas, glaube ich, so wie das aussieht. So, okay, was cool wäre, wäre, dass diese komische Pflanze von Bütters, was wir ein bisschen mit ihm machen, wenn er sich anstrebt. Alright, alright, alright. Wir bauen gerade auf, das Grauen, wie ihr seht. 100 ist nicht, 200 ist die neue 100. Alright, alright. The game is not over. Geil, wir geht's ab. Also, Warnusse sind unsere neuen besten Freunde, wie wir sehen. Es sind zwar ein paar Kollateralschäden, aber diese Kollateralschäden sind einfach Gold wert, würde ich behaupten. So, wir brauchen 200, 200 zum ersten, 200 zum zweiten. Eine riesige Welle von Zombies, die hat sich. So, wir brauchen noch einmal einen 200er. Okay, und jetzt schießt aus allen Löchern, die ihr noch habt. Und schießt aus allen Löchern. So, jetzt kommt noch die Warnusse. Kommt, oh, die bauten. Ja, erst die Warnusse, erst die Warnusse. Erst die Warnusse, erst die Warnusse. Noch ein 100er, den machen wir doch hierhin. Was ist das? Was war das? Das war ein Brief. Hallo, wir starten gleich einen Großangriff auf dein Haus. Herzlichst, die Zombies. Notiz gefunden. Nächstes Level. Das sind solche sympathischen Zombies. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Wir始めungsvolle. а